So, Carpenterst, 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 Carpenterst. Ich werde jetzt hier mal ein Dach mit Carpenterst bauen, Baby. Aha. Ich hoffe, das funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich weiß es nicht. Ich auch noch nicht. Und gerade das ist spektakuläre. So. Meine ganze Erde ist schon wieder leer. Hä? Hä? Ach nein. Ehrlich? Boah, der Mod ist ja scheiße hier. Jetzt muss ich die Dinger wieder abreißen und die Schrägen selber bauen. Ach, das ist ja voll kacke gemacht hier in dem... Guck mal. Ich kann hier nur die normalen Blöcke zu Slaps hochkant. Ja. Seite rechts, links, oben, unten. Und mehr geht nicht. Ich kann die nicht... Wieso geht das nicht? Ich muss die tatsächlich abbauen. Und neue Dings daraus machen. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist ein bisschen nervig. Aber dafür lassen die sich wenigstens schnell abbauen, die Karten, das. Das finde ich schon mal... Ist ein großer Vorteil. Aber es ist halt ein Nachteil, dass ich jetzt die Schrägen alle selber bauen muss. Und nicht einfach so scrollen kann und so. Das war viel schöner, ist viel schöner im Single. Das ist einfach viel... Ach, guck mal, da habe ich auch Kartenlass. Na super. Warum mache ich mir gerade Kartenlass, wenn ich hier noch welche drin habe? Ich weiß das nicht. Warum du das nicht... Mein Grooven habe ich auch. Mein Grooven. Aber ich will das Dach nicht aus meinem Grooven auch noch bauen. Das ist doof. Wie war das denn jetzt nochmal? So? Nee. Ach, mein Gott. Ich bin so vergesslich. Karten... Da, die brauche ich. Wetsch. Slow. Aha. Ich brauche drei Stöcke. Hey. Psst. Hey. Hast du mal ein Stock? Im Arsch, ja. Lachen, sag bitte was. Bitte was. Da lacht sie auch noch, ey. Nee, hab ich ja gar nicht. Ich hab ein Stock im Arsch. Hab ich ja nicht. Hab ich nur so gesagt. Weil du Spaß. Ja. Wie die Kinder das immer sagen. Weil du Spaß. So. Ich, ich, ich. So, ich muss mal wieder zählen. Drei Schmetterlinge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die schrägen reichen, denke ich mal. Erstmal, erst mal, erst mal, werden sie reichen. Und ich gehe dann überleichen. Äh, was? 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 Nein, jetzt hab ich mir erzählt. Ruhe. Jetzt hast du dich verzehnt. Jetzt hast du dich verzehnt. Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast. Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast. Ja. Du kannst aber schön zählen, Baby. Ja. Ja. Bist du auch Graf Zahl? Nein. Nein. Aber warum denn nicht? Aber ich kein Mann bin. Ach, weil du kein Mann bist, bist du nicht Graf Zahl. Dann bist du Baroness Zahl. Nein. Baroness ist ja der weibliche Begriff, glaube ich, für Graf. Oder? Nee, für Baron. Nee, für Baron. Nee, für Baron. Baroness. Baroness. Nee, Baroness. Baroness. Nee, Baroness. Ein kleines bisschen Pistanz hier. Oh. 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 Oh, das Höhlenzaun, weil ich, weil ich nicht alles komplett unten die Erde erst mal aufgeschaufelt hat, sondern nur die, nur das Plateau, ja. Ich hab'n das. Ach so. Und dann hab' ich hier so'n Kiesweg gemacht. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, ne? Wieso? Weil's so schräg ist. Das ist Gewöhnungssache, glaub's mir. Das ist wirklich Gewöhnungssache. Hm. Ja. Boah, hat genau gereicht. Krass. Ne, hat nicht genau gereicht. Egal. 10. 10. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 10. 10. 9. 10. 9. 10. 11. 11. Oh man, das wird hier gleich wieder so lange dauern, die richtig auszurichten, diese Treppen. Das ist da echt im Singleplayer und im Life in the Woods viel einfacher. So krass. Naja, egal, muss ich durch. Ne? Ja. Oh, der hat einen Eisenbahn getrocknet. Also falls du einen Eisenbahn hast, ich hab hier gerade einen. Oh, ich hab genug Eisen im Moment. Außerdem haben wir ja noch total viel ungeschmolzenes Eisen. Guck mal, das ist jetzt auch wieder rum einfach. Und ein Herz. Haben wir die Herzen eigentlich schon alle aufgebracht, die wir immer hatten? Nö, wir haben damit noch nicht ein einziges Mal was gemacht. Ach shit, da wollte ich ja noch. Oh, da ist eine Armada von Skeletten. Nein. Schnell in die Luft. Obwohl, weiß, verdient ist so egal. Das ist doch egal. Mein lieber Karl. Es ist egal. So, dann machen wir hier nochmal weg. Dann nochmal weg. Muss wieder was essen. Weißt du was? Ich esse jetzt hier mal die Plaggbeere. Was? Jetzt hat die Plaggbeere mich vergiftet. Und Regeneration gleichzeitig gegeben. What? Hä? Vergiftet und Regeneration. Little bit, äh, little bit, evil killer heal. Ja, ein bisschen böser Killer heal. Das stimmt. Stimmt tatsächlich. Da hast du wahrscheinlich dann immer so ein Glückstreffer. Ob du die Heilung kriegst, oder ob du das Bemüse kriegst. Ja, oder beides zusammen halt. War ja jetzt gerade. Jetzt gerade hatte ich ja beides zusammen. Gleichzeitig. Ich glaube, die Pläne ist dann ausgesetzt. Oh. Ist das jetzt für dich der... So. Das Zeichen aufzuhören. Eigentlich schon, aber... Wir haben jetzt zwei Stunden und 20 Minuten. Ein bisschen können wir noch. Ja, ich überlege nämlich gerade. Ich bin jetzt... Ich habe jetzt... Den Grundriss, ähm... Abge... Abgestochen. Abgestochen. Stopp dich, abgestochen, du Sau. Abgesteckt. Äh, ich will jetzt noch ein bisschen Erde holen. Aber ich gehe unten... Also, wenn ich jetzt bei dir angekommen bin, gehe ich ins Bett. Und ich wäre sehr gut, wenn du mitkommst, weil ich bin nämlich im Helden. Okay, gute Nacht. Ja, ich komme mit. Ich komme sofort mit. Ich muss sowieso das Dach hier noch irgendwie nachher... Egal, ob am Tag oder in der Nacht. Ähm, irgendwie fertig kriegen. Weil, guck mal, das sieht aus wie Kraut und Rügen gerade. No. Bist du jetzt schon da, dann... Nee, bin gleich, ja. Und dann sag Bescheid, solange baue ich hier noch rum. Das ist, wie die da rumstehen, ne? Okay. Ja, ja, ich bin jetzt im Haus. Jetzt bist du im Haus. Dann komme ich jetzt auch. Ich muss aber vorher das Klettertewitten, weil sonst... Du kannst nicht schlafen, wenn Monsters sind nervig. Wenn Monsters sind nervig bei Herbie. Naja, bei uns im Haus haben sie eigentlich schlafen, ist so... Nee, da unten, guck mal. Aber sie dürfen nicht stören. Ja, aber ich werde sie jetzt gleich Polen mehr schreiben. Aber wenn du die Spaß machst, wenn du die Spaß machst, dann... Also muss ich die töten. Und bin schon zugedeckt und eingekuschelt. Mhm, ich kämpfe noch eben ganz kurz gegen die Zombiearmada und da bin ich sofort bei dir bei. Das ist voll die Level abgestaubt, ey. 46, ja, durch das Quarz und ab und an mal Monster töten. Ich höre schon wieder eins. Ja, das macht nichts. Wir sind weit genug oben. Guck mal, da penst du schon. Mit einem Apfel nahe. Ein Apple. Ja, siehst du. Wir haben auch noch einen Applebaum. Nein, bin ich gar nicht. WTF? Jetzt packst du mal rum. Siehst du jetzt, weißt du mal, wie das ist. Du musst wieder aufstehen, sonst geht das nicht weg. Aufstehen noch mal in den Linken. Okay. Du Klaus, mein Internet. Ja. Aber dafür bist du jetzt plötzlich einmal rausgeflogen. Ja, genau. Endlich habe ich mal die Macht so. Schnell, damit ich noch genug Erde klatschen kann hier. So lange es hält. Also wir können ja noch so, ich weiß nicht, ein paar Minuten machen. Also guck dir mal das an hier, ja. Du hast die hier angelockt bis zur Haustür. Ja und? Lass mich doch. Das sind meine Freunde. Deine Freunde? Kommt doch mal kurz zum Spiel. 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 Der lässt ihn nicht in die Bude. Ich mache als dreckig. Boah. Alter, guck mal wie viel da liegt an Zombiefleisch. Gitt. Alter Schwede. Ich sammle das mal eben ein. Das sieht schon gut aus, das ist da. Ja, Kraut und drüben halt, ne? Kraut und drüben, da drüben auf dem Dach. Ja, aber das wird bestimmt gut. Was? Das wird bestimmt gut. Weiß ich noch nicht. Das ist noch ein Test. Takt, jetzt hab ich die falsch wieder genommen. Oh, jetzt wird halt wieder so nervig, sich auszurichten. Wobei, na, das geht. Oh, Mann. Lange nicht mehr gemacht. Aber der Karten, das Mod ist einfach irgendwie genial. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon, ja. Ist echt was cooles. Aber der ist halt hier in der Version wirklich umständlich. Total. Ja. Umständlich. Ja, weil du jetzt weißt, dass die neue Version das besser hat. Vorher hast du dich nicht beschwert. Nee, vorher habe ich mich auch beschwert. Weil das total umständlich war. Und so ewig lange gedauert hat. Aber so ist das hier in Ära leider. Da haben wir keine andere Version. Dann muss ich jetzt damit leben. Lebt damit. Palooza, lebt damit. Nein, nein. Ist das. Die andere Version ist besser. Ich will das halt. Nein. Jetzt habe ich es richtig. Jetzt habe ich wieder weggeklippt. Oh, Mann. Sorry, Leute. ich verzweifle tötet mich wenn man nicht immer ernst nehmen würden so jetzt habe ich die richtige was ist dann wenn du mich immer ernst nehmen ja wenn du sagst töte mich für kleinlichkeiten da bist du längst tot da bin ich schon lange tot und sieht das gut aus und er sollte das lieber auf einer höhe sein das ist ja so ein bisschen das ist ja so ein bisschen noch drunter eingelassen sage ich mal hier wollte ich dann nämlich guck mal so ungefähr dass das machen hier so so könnte man mal oder nicht so das arme mikro das sieht eigentlich besser aus wirklich so halt durchgesägt oder was sagst du er muss es dann sehen wenn es fertig ist wenn es fertig ist du bist immer gemein ich muss sich doch so aufmachen guck mal er hat sich wenigstens ausgerichtet du nicht einzelgänger man ich will nicht die kabel das wirklich einsetzen so ich will ich will ich will ich will ich will Ja.